So, und da habe ich vorhin fälschlicherweise behauptet, wir hätten nur eine Kutsche zu Gast. Das stimmt gar nicht, denn hier haben wir ein tolles Gespann, das sich kurzfristig noch angesagt hat. Wir begrüßen hier herzlich Tobias Mayer aus Sand mit seinen beiden herrlichen Freibergern, der die hier angespannt hat, auch ein wunderschönes Gespann hier, gleichmäßig vom Bewegungsablauf. Auch die beiden Freiberger passen größenmäßig, typmäßig gut zueinander. Und auf der Kutsche hinten Platzgelauern hat einmal mehr unser Udo Schneider mit der Trompete. Und da bin ich sicher, das wird gleich wieder ein Hochgenuss für die Ohren werden, denn, wie gesagt, dieses Instrument, der herrscht, der wirklich meisterlich. Ich glaube, dazu müssen wir aber gleich mal anhalten, sonst kommen da vielleicht ein paar schiefe Töne raus oder der vordere Schneidezahn fehlt nachher, das wollen wir natürlich nicht. Erstmal schauen wir noch einmal hier auf die beiden Freiberger und Tobias Mayer an den Leinen. Und wenn der dann gleich nach der nächsten Runde einmal sein Spannfußfahren durchpariert, dann bin ich sicher, können wir einmal mehr den Klängen hier von Bernd Mudo Schneider und seiner Trompete lauschen. Das pf銀沙 PERT Amen. 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 Vielen Dank, dass du einmal mehr wieder mit dabei bist. Ja, wir schauen noch einmal zwei, drei Runden zu hier bei unserem Gespann mit den herrlichen Freiburgs beim diesjährigen Ferienmarkt in Kürnbach mit dabei zu sein. Herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Einmal ihr Applaus hier für das wunderschöne Gespann von Tobias Mayer, er mit seinen Freiburgs. So, dann darf der Ausgang aufgemacht werden, denn einige Pferderassen haben wir ja noch für Sie im Angebot. Wir sind noch nicht fertig, meine Damen und Herren.